Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial von mir, und zwar wie man seine eigene Miku Miku Dance Lippen-Motion erstellen kann, ohne das dauernd anzuklicken und einzugeben. Und zwar das Programm nennt sich Miku Miku Movie, nur ist da das Blue Kinder by Lips. Und zwar, ihr braucht einmal eine A Cappella-Version des Songs und den normalen Song halt. Das geht dann ungefähr so. Moment, ich muss zurückspülen. Ich muss zurückspülen. Und zwar, hilfreich ist auf YouTube, ich habe mich jetzt für den Song entschieden, Fullmetal Alchemist, der Anfang pro ging. Ihr müsst halt in, also du könnt ihr es runterladen, das ist egal, in MP3, MP4 ist es euch überlassen. Ihr braucht dann auch einen Konverter, einen Audiokonverter, und zwar die Maße müssen, einen Augenblick, ich habe mir es noch gemerkt, und zwar 84K HZ und 16-Bit Format, weil sonst reagiert er nicht darauf. Und zwar, wir laden jetzt Miku Miku Movie. Ich werde euch den Download-Link zur Verfügung stellen. So, wir gehen auf Model. Ja, macht nur die Lippenmotion, nichts anderes. So, dann laden wir die Audio-Version. Fügen es dann ein. Gehen dann auf Pluki. Also, Flukin, dann Lipps, Dings. So. Es dauert jetzt ein bisschen. Okay. Dann können wir eigentlich die Motion wieder entfernen. Und nehmend die. Und hier. So, wenn das alles geklappt hat Wir machen noch einmal und drücken dann bei Unternehmen alles und dann drücken wir Export Das war der Fehler So 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 So